Eins, zwei, häh? 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 Häh? Eins, zwei, 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 häh? Das ist ein dom. Man muss die Menschen wie dich, die du, die du, die du, die du, die du, die du warst, die du, die du interessiert. Celebrating life, you see. Water from ice. If you melt, it gets the best out of you. I'm a person moving forward, like the river, down the stream, not knowing what will happen next. Funny? Yeah, he can be funny. In time for the taco... I love it. государств Maybe I can help you. Oh, oh, this is about 20 years. We are living in the same part of town, and his oldest daughter and my oldest daughter went together to school. I met him as a human being, as a man and as a friend, and I like him very much. I did not get to know him as a painter. I saw some of his paintings. I think some are nice, some, well, I must get used to. He's one of the most global thinking men in this country I know. And I think it's the best way to do it. I think he's a man. 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 I think he's a man. He knows everything from a special point of view, which is unconventional, but very, very true. We happen to meet about every two or three months, accidentally. I see him in a coffee shop where he's reading the newspapers. I see him in a coffee shop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 When I met him, when I got to know him, I was very interested in Klee, and I looked at all the pictures of him, I had postcards of him in my apartment where I was living. And then we sort of looked at many modern artists together, sort of had an education in modern art together. So I think I did influence him. In terms of the style of what he does, I think we have an agreement there. I work with people and I have started medicine. I am very fond of biology. And I think his pictures have this in themselves too, that they are sort of organic. And there I think we sort of agree on a higher level. And I think Jürgen, when I look at Jürgen, when he analyzes life, when he does a cinema or when he constructs his tableau, he has a way of comparing the mine. ...d'analyser vite und finden die Strukturen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik So, it is part of my job to provide this impulse to others. To me it is an experience of profound importance. When I go to China and I see the changes happening there, how they build a new society. And every hand is different. Same hand. Same hand. Different result. So, this is very interesting. Where do I start? Well, here. Here. Maybe here. Maybe here. So, first line is the most important line. And then it develops. You first have to decide. How this comes up, you know. That would be very interesting. And if you can show how it goes in, you know. Luzai. We said to ourselves, this sounds Chinese. Luzai. It must be a Chinese name. So, that's why we drove up here and had a look at this house. It was just accident. And it was because it sounded Chinese. So, we come here and this was a very old house. Had no water, no electricity, no windows, no anything. Nobody was living here anymore. But we liked it because it was very old and very traditional and had not been destroyed. So, here they put the hay, they put the corn, they put the meat. Everything that had to dry was up here in this house. And underneath were two rooms for sleeping. And the kitchen. This is a black and white pencil drawing. I started here. You see, in the middle. With a pen. It had a wide tip. So, I moved it like this. And then I constructed it here. Developed here. And then I moved it up. People always say this is like a fertilization process. One line after the other. With a pencil. But it started all here. In this center here. This was the beginning. And this was the end. I like this very much, this type of arrangement of color. The contrast. And at the same time, there's a certain softness in it. Here I was working on sculpture. With my machines. With the farmers. All standing around. It was 30 years ago. This. Is my first baby. Ariusha. Born here in this house. This was marriage. Wedding day. Ursula and I got married. 1969. We decided not to have children. The first few years. We traveled around the world for one year. We went to other countries. For her studies. The Earth. The Earth. The Earth. The Heart. Twelve. DeadlyEN. The Earth førings. Winner. The Gegenors. The Enpirators. The eyes. This. Musik 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 Als ich Sie vorstelle im chinesischen Publikum, der Herr Weyeler, das Ganze ermöglicht hat. Wunderbare Werke hier in Riechen integriert in die Landschaft von Basel. Weyeler möchte mich besonders begrüße Sie herzlich. Dankeschön, dass wir per Zufall antreffen. Das ist ein ganz grosser Zufall, sicher nicht geplant. Sonst hat es legal stattgefunden. Musik 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 Es war immer ein bisschen speziell, weil er nicht getan hat, was man normalerweise machen kann, als Studenten. Er war immer sehr stark. Er hatte immer seine eigenen Ideen. Er war anders als wir. Sie haben gesehen, das ist ein Blatt Papier. Da kann man drauf schreiben. Als er dann zu erzählen hat, dass er von ein paar Strichen in einer Zeichnung ausgeht, war man vor allem überrascht, dass man von so etwas ausgehen kann, als konkretes Projekt. Es war natürlich sicher interessant, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, von diesen paar Strichen hin zu einer virtuellen Stadt. Es ist natürlich auch sehr beeindruckend, wie die ganzen technischen Möglichkeiten wie die sind, dass man hier in einer virtuellen Stadt herumfahren kann, via Computer. Es ist dann natürlich die Frage wiederum, wegen dem Sinn. Er hat dann aber auch gesagt, dass er keinen Anspruch darauf hat, etwas Sinnvolles zu machen. Man hat gesehen, dass man von etwas Kleines ausgehen kann, auch mit viel Fantasie, etwas Griffbares daraus machen kann. Etwas Kreatives. Man hat auch gesehen, dass eigentlich nicht unbedingt alles, was man macht, auch einen Sinn haben muss. Das wäre vielleicht auch mal interessant, das dann noch weiter zu verfolgen und vielleicht wirklich zu bauen. Ich bin jetzt kurz in der Schule, wo man das kann, was man hier macht. Ich bin jetzt der erste Klasse für die Nähe, was man die Stadt zu machen will. Ich bin jetzt ein paar Tage, wo man da ist. Das ist der erste Klasse für den Jama impression. Ich war hier, wo die Bellen ist. Ich habe immer hier gespielt. Ich war mit den Jungs, mit den Jungs zu essen, zu essen, zu essen. Die ersten vier Jahre, ich war hier. Zwei Jahre, ich war in diesem Gebäude. Das war mein Klasse. Und dann, das letzte Jahr, ich war überall da. Dieser Block hier war meine Schule. Hier habe ich acht Jahre von meinem Leben. Ich war sehr lange Zeit. Ein kleiner Jungs bis zum größer Jungs. Jetzt bin ich ein bisschen fröhlich. Ich war im Ausland. Das ist ein Brems Hodgeschen. Das ist ein Brems-Haus-Haus. Das ist ein Brems-Haus-Haus-Haus. Das ist ein Brems-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus. Das ist ein Brems-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus. Das ist eine Art Künstler-Künstler-Künstler-Künstler-Künstler. Das ist eine Art Künstler. Das ist eine Art Künstler-Künstler-Künstler. Das ist eine Art Künstler-Künstler. Das ist eine Art Künstler-Künstler. Das ist eine Art Künstler-Künstler-Künstler. Das ist eine Art Künstler-Künstler. Das ist eine Art Künstler-Künstler.